mit diesem video entschuldige ich mich bei der ganzen lg community ich entschuldige mich bei jedem bei jedem der bei jedem es tut mir leid ich habe einen riesen gemacht und die müssen verzeihen das was ich gemacht habe auf nichts schlimmes das weiß ich an jedem der probleme hat sich zu outen oder sich noch nicht geoutet hat es ist schlimm noch das was